indien ist das land der gegensätze es ist eine faszinierende unglaubliche kulisse um eine neue kunstserie für lumas umzusetzen die idee wir kombinieren das ganze mit westlichen elementen und fotografieren sehr reduziert die neue lumix vollformat kamera hat genau das was ich brauche für große bilder in der galerie die bildqualität ist hervorragend das präzise setzen des autofokus ist eine große herausforderung für jede kamera ich bin erstaunt wie genau der autofokus der s1r diese aufgabe für mich übernimmt und punktgenau auf das auge des models scharf stellt indien bietet mir alles um meine vision zu realisieren es ist ein außergewöhnlicher ort ein magischer voller energie voller kreativität